lego harry potter adventskalender ab jetzt startet es ersten dezember mit unseren lego adventskalender 24 kleine türchen warten auf euch ihr habt ihr noch mal die vorderseite davon ja noch mal in die beiden streifen ja und dann habt ihr so gesehen hier eine kleine plattform wurde die dann drauflegen können aber wir haben richtig mal so ein bisschen so rum nicht so knicken wir haben wir natürlich hier vorne als allererstes die ganze 1 da machen wir mal einen kleinen klick rein und raus haben eine minifigur dabei herry potter das ist natürlich auch immer mit als anleitung da dran wir auch abmachen können wir auch dran lassen erstmal erstmal mit den adventskalender weg dann habt ihr so gesehen hier die minifigur flupp harry potter als kleine minifigürchen ist sogar ein kleiner harry potter man kennt das immer so gesehen an die kleineren füßchen hatte auch ein doppelkopf gehabt so könnte zwei köpfe nehmen dann habt ihr so gesehen hier noch so ein wäppchen dabei also gesehen sein haus warten musst du das so drauf also also man kann auch noch das darunter und dann das auswappen das auswappen und dann habt ihr so ein wäppchen dabei die minifigur harry potter könnt ihr natürlich auch noch einen zauberstab verpassen mach ich jetzt nicht Ja, und das war Türchen Nummer 1 des Lego Harry Potter Adventskalender. Ja, dann würde ich mal sagen, tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss bis, ja, so gesehen, morgen zum zweiten Türchen des Lego Harry Potter Adventskalender. Und dann würde ich mal sagen, tschüssi.